Und jetzt hört man uns gemeinsam ganz gut. Die einen reissen sich den Federn aus, die anderen ... Ja. Ich bin Samur Chala, wir haben den 1.10.2021. Und ich beobachte, dass man relativ hofft, nicht immer, aber das höre ich oder sehe mir relativ hofft. Ich weiß nicht, was es heisst, aber ich finde es sehr interessant. Aber es ist sehr laut damals. Und jetzt sind dann ... Es sind alle die Federn ausgerissen. Auch die zwei Dänen reissen sich zum Teil die Federn aus. Ich kann ihn hier nicht weitergehen, dass man andere Leute auch sonst den ganzen Tag mehr zeigen kann. Ich bin hier. 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 Und wenn man hier noch rüber schaut, was steckt man hier? Wenn man hier alle Schweine in den Kopf ins Wasser ins Wasser machen kann, dass alle gleichzeit wie alle vier da haben. Und dann muss ich die Schweine schon ein paar drüben rissen. Ja. Gut. Ich bin hier. 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 Ich bin hier.